Ja tschüss, ey. So, hier sehen wir drei wilde Tiere. Leute, herzlich willkommen zum neuen täglich Topra. Topra! Alles klar. Ja, wie im letzten Vlog angesprochen, gehen wir heute grillen. Ich habe ja gesagt, ich nehme euch eventuell mit. Wir werden mal sehen, was wir für Aufnahmen beim Grillen dann hinkriegen. Bis dahin. Tschüss. So Leute, wir sind mal wieder beim wilden Tier zu Hause. Nach ewigen Zeiten fällt mir gerade so auf. Das sagt er, aber hier wohnt er ja gerade. Ja, und ich warte jetzt noch, dass er sich gerichtet hat und dann geht es weiter zum Grillen. Nein, hab ich nicht. Und in dem Sinne sehen wir uns später. Tschüss. Acht Jahre später Fokus, Leute. Wir sind jetzt hier im Grillplatz des Vertrauens. Das kann nichts. Hier sind meine Arbeitskollegen. Wie gesagt, haben wir gesagt. Die eine schämt sich, aber die ist so hässlich. Kein Grund. Wie gesagt, wir grillen jetzt hier, machen uns einen schönen Tag. Und vielleicht zeigen wir danach noch ein paar Ausschnitte und... Oder Einblicke. Oder Einblicke. Oder Einblicke. Das ist übrigens unser High One. Das kommt alles auf... Ich weiß es. Okay, gut. Ja, wie gesagt... Vor allem, warum machst du eigentlich jetzt das Video? Das verstehe ich gar nicht. Ich mag das so viel gar nicht. Ich muss ein bisschen pushen vor meinen Arbeitskollegen. Das geht überhaupt nicht. Nein, Freunde. So, wir sind jetzt am Grillplatz angekommen. Sonne scheint. Ja, natürlich. Safe, Digga. Safe. Ja, tschüss, hey. So, Freunde. Was geht? Noch ein Leben drin? Nee, nee. Das musst du machen, Diggi. Wir sehen uns später. Tschüss. Leute, so. Wir werden nun gleich essen. Ich drehe mich mal hier so... Da hinten sind die noch am Grillen machen. Da gibt es schon Salat. Da ist ein hässlicher Tier. Ich weiß es nicht. Ich glaube hier. Ja, es geht. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Leben. Ja, ciao. Ja, wir werden jetzt essen und dann sehen wir uns später. Tschüss. Yo, Leute. Was geht ab? Ich wusste. Der scheißt schon wieder richtig rein. Der kann nichts. Es geht so. Yo, Leute. Du musst es von unten rausholen. Aus tiefster Seele. So, die Leute sind hier am chillen. Ich stehe und überwachte das Ganze. Weil ich Wachmeister Krautze bin. Wachmeister. Bitte, gell. Wachmeister. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich übergebe mal wieder hier an Ritwan. Bitte schön. Du kannst weiter machen. Ja, wach. Ey, Leute. Meine Freunde. Alter, Fokus. Meine Arbeitskollegen und Freunde hier überall. Die beschweren sich voll. Weil ich immer so Schiss habe vor Dingen. Vor Zecken. Aber nachher kriege ich dieses... Wie heißt das? Am... Was haben die? Thrombolose? Thrombose. Thrombose. Thrombose oder so. Ja, das kann schon gefährlich enden. Ich bin der Einzige, der Paraneur schiebt. Jetzt kriegst du nicht. Thrombose. Leute, bei 500 Likes kommt eine Real-Life-Story. Nein, Spaß. Hier erzähle ich mich jetzt. Das war so vor Jahren, waren wir auf unserem Kumpel, sein Geburtstag. Okay? Du warst auch dabei. Egal. Auf jeden Fall war das so. Auf jeden Fall war das so. Wir waren, weiß ich nicht, mindestens 15, 16 Leute. Okay? Ich war der Einzige, der Panik geschoben hat wegen diesen Scheiß-Zecken. Und ich war der Einzige, der am nächsten Tag zwei Stück hatte. Hier. Weißt du, was wir jetzt spielen? Wir spielen behalte oder Pflicht. Flaschen drehen. Leute, wollt ihr ein Flaschen drehen? Abo. Lasst ein Abo da. Ab wieviel Likes machen wir Flaschen drehen? Ich nehme immer so so eine... Bis das Video online kommt und spielen dann erst, gell? Ja. Wir kommen dann nochmal her, stellen das nach. Schneid das bitte nicht rein. Da gibt's nur Lüge und der Pflicht ist besser. Einmal mit Profis, Freunde. In dem Sinne, bis später. Tschüss. Yo, Leute, was geht ab? Fokus. Wir sind grad hier immer noch am Grillen, wie gesagt. Was ist denn das? Ah, warte. Topra? Ähm, ja, hallo. Topra, bist du's? Was? Er macht sich über körperlich eingeschränkte Menschen lustig und das... Das kann ich so nicht bestätigen, gell? Das finde ich sehr suboptimal. Das geht überhaupt nicht. Kennen Sie diesen jungen Herrn schon? Äh, nein. Dickeeren Brezeps als... Brezeps. Brezeps. Alter, egal Brezeps. Ist die Frau nicht wunderschön? Leute, ich zeig euch jetzt den neuesten Schmuck aus Frankreich. So. Ist der neuste Trend. Selfie-Stick direkt am Rohr. Könnt ihr direkt auspacken, Foto machen. Läuft. Auspacken. Auspacken, gell? So läuft das hier. In Germanie. In dem Sinne, sehen wir uns später. Tschüss. Da machen die Bände auch. Sind die wo? Hauen sie nicht? Hauen sie nicht? Die gibt mir Hand. Ich grüße sie, gell? Was machen sie denn hier? Ich krieg keine Luft mehr. Ich auch nicht. Fiskopat. Das reicht nicht nur um meinen Körper, Herr Roman. Ich wollte so Zauberträger. Und Halle Hopp. So, hier sehen wir drei wilde Tiere. In ihrer natürlichen Umgebung. Beim Geschlechtsverkehr. Wildes Tier 2.0. Jetzt wisst ihr was. Was der da immer macht, gell? Ja, jetzt bin ich für das wilde Tier wie immer. Ja, die auch. Alle. Natürliche Umgebung. Aber ihr seht ja, können wir doch sehr nah ran. Sehr nah. Wie ihr die Kamera abschlecken muss. Ja, aber es geht. Alter, mein Rücken. Ich bin hier woanders. Und der Pfeife. Ja, das ist ein Rücken. 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 Hey Leute, jetzt willkommen bei Albert's Superlebenskünste. Der zeigt uns jetzt heute, wie man Feuer macht. Da seht ihr erstmal, müsst ihr das Holz sehr klein machen. Oder auch nicht. Das ist zu gut dafür. Zu gut. So, und dann einfach reinstecken und dann brennt es schon irgendwann. Sofort. Wunderschön. So, und nächste Woche bei Albert's Superlebenskünste, wie man Fleisch häutet. In dem Sinne, bis später. Tschüss. So, wir sind nun wieder in meiner Karre und werden den Weg nach Hause antreten. Und in dem Sinne sehen wir uns später. Tschüss. So, Leute. Herzlich willkommen. Nächste Part des Videos. Wir sind bei mir zu Hause. Wir machen noch das Raucherpäuschen. Es ist natürlich auch mit dabei. Ja, in dem Sinne beende ich auch diesen Vlog. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir in der positiven Bewertung. Wir sehen uns in einem meiner anderen Videos. Bis dahin noch mal da rein. Fua.